Und hiermit herzlich willkommen zurück zu Leslie Pflanzen gegen Zombies. Weiter geht es mit den Abenteuer Modus. Das ist hier 10. Müsste ja wieder ein Minispiel sein. Warum wird es auf einmal so dunkel? Das kann gar nichts Gutes bedeuten. Na ja, hoffentlich überlebst du die Nacht. Danke? Oh boy. Oh boy. Ich sehe ja noch. Nun packe ich dir meine Dachen. Und das ist da. So. Die Sterben verpappe ich mal hier hin. So. Gut, gut, gut. Sollte ich mal sagen. Ich möchte gerne was sehen, damit ich weiß, wo ich pflanzen kann. Danke. Danke. So, mache ich da noch mal eine hin. Hallo. Sollte ich gerne was sehen? So. Sollte ich gerne was sehen? Danke. So. So. Ich bin nicht froh, wenn dieses Ressel hier vorbei ist. Ich bin nicht froh. So. 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 Das hätte ja funktionieren können. Das ist ja magisch, ganz. Das macht total viel Sinn. Ich bin ja echt gespannt, ob das hier jetzt inszidiert. Ich sollte einfach irgendwo irgendwas finden. So. Damit ich was wegbekommen hier. So. Die erste große Welle kommt. So. 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 Eeg, Eeg, Eeg So Ich hab so ein Ohrwahn gefangen. So, so möchte ich gern aber noch so ein Hühnchen haben, bitte. Die finale Welle kommt. Ich hab's gekauft, ich weiß nicht wie, aber wir haben es geschafft. Ja und dann haben wir jetzt den Kolapolt Pflanze bekommen, oder wie heißt Kolapolt müsste es sein, denn jetzt geht es hoch auf den Dach. Wow, sie haben sogar einen Weg auf deinem Dach gefunden. Das sind wirklich harte Zombies, dude. Erinnere dich daran und du wirst auf der guten Seite sein. Ich nehme einfach irgendwas mit. So. 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 Let's go. We'll کہ things here. So. We'll stack up тут with 2 Sun Rickards. potem Betty. So. So. Then nochmal 2 Sun Rickards for. Sonne, danke. Lopp. So. Brains. Das da oben ist jetzt natürlich nicht gut. Brains. So. Dü-dü-dü. Dü-dü-dü-dü-dü. Dü-dü-dü-dü-dü. Dü-dü-dü-dü. So, das sieht doch bisher ganz gut aus, würde ich mal sagen. Das hat sich jetzt ganz sicher nicht gesehen. Obwohl, ich glaube, sonst würde er immer eine Vase mitnehmen. So, das schütze ich mal. So. Dü-dü-dü-dü-dü. Dü-dü-dü-dü-dü-dü. Dü-dü-dü-dü-dü. So. Das hier geht so wunderbar funktionieren. Kann ich nicht einfach so fenzen? Nö, natürlich nicht. So. Vielleicht versichere ich auch mal. So. Gut, läuft doch wunderbar hier. Dann kann ich Finale-Ville auch dabei kommen. So. Das ist nicht nett. So. Gut, läuft doch nicht so schön. Gut, läuft doch nicht so schnell. Gut. 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 die Zombies gehen down. Yeah! So, next and last level for the day. Hallo Nachbar, ich habe neue Items zu verkaufen. Ui 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 Aber die brauche ich definitiv. Sonst können wir auf unsere Dächer keine Schutzmasten anbilden. So. Dann nehme ich die mit. Die zum Schutze. Die hier nehme ich dann nochmal mit. Die hier. Die und... Dann nehme ich noch die mit. Und... Dann lass uns mal loslegen. Das legen. Ready, set, go. Muss ich bis hierhin aufbauen. Okay. Kein Problem. Die Zombies kommen. Coming. Brains. Die. 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 So. Brains. So, dann eine Sonne bitte noch. Oder zwei jetzt wieder. So. Zwei Beinen gibt es diesmal. Okay, dann muss meine Taktik ja eigentlich aufgehen. So. 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 So, dann bauen wir hier schon mal langsam die Pütte auf. So. 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 Sonst läuft es auch bisher ganz wunderbar würde ich mal sagen. Bis hier haben wir noch keine Puppen. nur immer. Du kannst gerne dort erstmal rumlaufen, dann mache ich erst hier mal alles fertig. Gut. So. Patsch, 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 Patsch. So. Patsch, 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 Patsch. So. Läuft doch wunderbar, würde ich mal sagen. Patsch, Patsch. Patsch, 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 Patsch. Wie gesagt, kannst du gerne down gehen jetzt. Gut. Dann gehe ich schon mal down da oben. So. So. Ich glaube so ganz geht meine Taktik hier nicht auf, aber das ist auch nicht schlimm. Patsch, 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 Patsch. Patsch, 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 Patsch Ich spare erstmal. So. Wie viel, wie viel. Wunderbar. So, dann kommt auch schon die finale Bremse. Oh, das ist jetzt ein Schichter. So. Ach, ich liebe es, ich wollte dich nicht. Oh, 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 oh. Get ready, please. Bitte, 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 bitte. So, machen wir jetzt mal so. Okay. Das ist ja kein Problem. So, und du bist damit alleine fertig, ne? So, haben wir mehr oder weniger gut überstanden, würde ich mal behaupten. Denn der Zombie ist jetzt gleich down. Und dann bekommen wir jetzt auch noch die schöne Meisterpult Pflanze. Oh, bitte schießt auf mit Butter, bitte. Aber an dieser Stelle sage ich Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal bei Pflanzen gegen Zombies. Ja, das ist nicht das, bis zum nächsten Mal. Bye. Untertitelung des ZDF, 2020